Meine Damen und Herren, was für eine coole Fallout-Tasse aber auch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft The Mage. Mir ist gerade eben tatsächlich meine Aufnahme flöten gegangen. Skate Zone 2, professioneller YouTuber mit neun Plätze, ich übe noch. Auf jeden Fall. Es gab einige Nachfragen, ob ich jetzt andere Projekte darunter leiden, weil Merger jetzt gestaltet ist und so weiter. Und das ist alles Bullshit. Also, es ist nicht der Fall. Ich werde alles so weitermachen, wie ich es sonst halt auch mache. Welch Wunder so. Ich brauche halt nur Zeit. So, wir starten hier, wie gesagt, in der Stadt. Eigentlich war ich gerade eben noch auf dem Heimweg, noch ein bisschen außerhalb, aber wenn man aus Versehen, ja, egal. Auf jeden Fall. Ich zeige euch einfach gerade, wo ich war oder so, dann habt ihr auch nichts verpasst. Ich war dort hinten in diesem Ding hier drin, denn wir waren ein bisschen auf Dungeonjagd. Auf Dungeonjagd im letzten Stream und haben uns dort ein bisschen umgeguckt und so weiter. Und ich gucke jetzt auch immer in diese Bäume rein, wegen den Inventorypads, weil die sind halt schon sehr, sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Ist da oben wieder so eine Kiste? Nee, oder? Ich werde so langsam, ich werde paranoid. Aber ich glaube, die sieht man. Nee, also, ich war dort hinten in dieser Burg hier drin und wir haben auch eine riesige Stadt gefunden. Die war irgendwo ganz da hinten. Und ja, da haben wir ordentlich Zeug gelootet und mittlerweile sind echt unsere Kisten voll. Das ist so unglaublich, wie voll mittlerweile unsere Kisten sind. Da kann man überhaupt nichts mit mehr anfangen. Also, das ist wirklich so. Ich wüsste nicht, wie man jetzt vernünftig mit den Kisten arbeiten soll. Weil es ist so ein Chaos. Das möchte gerne im E-System. Das Botania einbietet, hilft da auch nicht weiter. Also, ich glaube wirklich, das Einzige, was da was bringt, sind den Drawer. Und dafür müssen wir erst die Kisten, die Holzautomatisation haben, weil ansonsten wäre das mega die Zeitverschwendung. Wo wir gerade von Automatisation reden, das hier habe ich im Stream gemacht. Und die Blumen habe ich gerade eben in der verlorenen Folge aufgestellt. Aber bis auf das, dass ich hier zurückgelaufen bin und sechs, sieben, acht Blumen aufgestellt habe, habe ich wirklich nichts gemacht. Ich habe hier eine AFK-Wasserfarm quasi gebastelt. Oder nicht AFK, sondern halt so eine 24-Stunden-Farm, die nur eine Stunde hält, weil diese Blumen danach kaputt gehen. Das ist nämlich so eine Eigenschaft von denen, dass sie zwar ohne Zutun aus Wasserquellblöcken Mana generieren. Das ist das Zeug, was wir aktuell jetzt hier drin haben. Aber halt nicht ewig lange. Und deswegen ist es halt ein Anfang. Aber was uns wirklich weiterhelfen würde, wäre ein sogenannter Overgrowth Seed. Und so einen hat, ah ja, guck mal hier. So einer hat tatsächlich der gute Items gefunden. Denn wenn ich jetzt mit einem solchen Overgrowth Seed, das muss ich mir mal überlegen, welche von diesen Pflanzen wird wohl am längsten hier stehen. Also zuerst mal mache ich nochmal eine weg, weil ich hätte nämlich gerne eine neue. So. Wenn ich jemanden mit einem Overgrowth Seed... Soll ich das im... Ich zeige euch das kurz im Singleplayer. Ich zeige euch das schnell im Singleplayer. Ich glaube, das ist irgendwie cooler, weil Overgrowth Seed sind relativ selten. Und so kann ich immerhin ein bisschen Zeit wettmachen, die ich ja quasi gerade online gemacht habe. Aber ich denke, ihr versteht das. Subscribe to all the YouTubers steht hier unten. Wenn das da steht, müsst ihr das tun. Ich muss noch ein Schluck Kaffee werden, dass hier drauf geht. Und ein Herz für Minecraft Modder. Gut, also so sieht es ja bei mir gerade im Singleplayer aus. Wenn ich jetzt mir hier Overgrowth Seeds gebe... Oh Gott, ist das teuer. Und zum Beispiel so eine Flower, wie wir sie hier gerade hatten. So eine Hydro Geneschi. Und damit gehe ich jetzt hier irgendwo hin und klicke einmal auf Rechtsklick. Dann seht ihr, dass es hier ersetzt wird. Und das wird zu Enchanted Soil. Enchanted Soil soll dafür sorgen, dass die Pflanze, die draufsteht, nicht mehr decayt. Und das ist unsere allererste 27 Stunden... 27 Stunden... 24, 7 Mana Farm. Und das werden wir jetzt einfach so eins zu eins. Hätten wir mehr Overgrowth Seeds, können wir dann die Farbe dementsprechend ausbauen und so weiter. Aber ich denke mir irgendwie, dass vielleicht da, wo aktuell die große Wasserfarm steht, dass da vielleicht irgendwann mein Haus hinkommen könnte. Und deswegen muss ich gerade kurz überlegen, wo am ehesten die Pflanze stehen bleibt. Ich denke, das ist verständlich, bevor ich diesen Overgrowth Seed. Und ich glaube, die Position hier ist am wahrscheinlichsten, oder? Oder ich glaube eher hier drüben, ne? Hier ist es wahrscheinlich sogar... Hier ist es noch wahrscheinlicher. Okay, also hier einmal draufgeklickt. Zack. Und die Pflanze drauf. Und die hier verschwindet jetzt schlichtweg gar nicht mehr. Das ist geil. Damit haben wir nämlich tatsächlich es geschafft, eine unendliche Mana Farm zu machen. Das ist cool. Jetzt machen wir als allernächstes ein Schild, wo draufsteht, bloß nicht abbauen. Ähm, weil natürlich C-Touch oder sowas funktioniert, glaube ich, nicht bei diesen Blöcken. Bin mir jetzt aber gar nicht zu 100% sicher. Wäre natürlich blöd, wenn jemand jetzt unser Enchanted-Säuel-Blatt machen würde. Wenn es doch der Alte extra gefarmt hat. Also nicht gefarmt, sondern die muss man in den Kisten suchen. Das ist meiner Meinung nach sogar einer der Hauptgründe aktuell. Haben wir kein einziges verschissenes Holz hier rumliegen, Mann. Gott, wie mich dieses Chaos anpisst. Ernsthaft. Boah. Unglaublich. Ich habe schon angefangen, an diesem Baum hier rumzunagen. Und dort Holz abzubauen, weil ich einfach nie welches finde. Es ist so furchtbar. Äh. Meine Güte, ey. Bleh. Ah. Habe ich gerade einen Zombie gehört hier irgendwo? Hallo? Hallo? Nö, irgendwie nicht gut. Ähm. Nicht abbauen. Wertvoll. Ist das so okay? Ich hoffe einfach mal. Ja gut. Und damit haben wir unsere allererste 24-7 Mana-Farm. Natürlich ist das nur der allererste Schritt, weil dieses Zeug ist nicht gerade effektiv. Der nächste Schritt ist es, dass wir an die Gourmales angehen. Und ein paar Items dafür habe ich schon vorbereitet. Denn wir brauchen, sorry, wir brauchen die Rune of Summer. Und die Rune of Air, die Grundlage dafür ist, habe ich bereits. Außerdem brauchen wir wieder Mana Powder und Mana Steel. Ein Block of Coal, ein, äh, ein Cobblestone, oder? Ne, ein Stonebrick. Und ein Mushroom. Also lasst uns mal kurz die Items zusammensammeln. Auch wenn das nicht wirklich, äh, Spaß macht, um ehrlich zu sein. Also. Ähm, äh, das Schwerste könnte eventuell der Mushroom sein. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal so einen Mushroom gesammelt haben. Und ich kann ja nicht hinher da gehen und ihn einfach so holen, ne? Also, Mana Steel. So, sehr schön. Dann, äh, entweder eine Mana Powder oder irgendwie, irgendwie Gunpowder oder so. Ich nehme beides. Ich kann ja beides einfach, ähm, umwandeln, wenn ich der Meinung bin. Ja, also Gunpowder haben wir einverstanden. Damit haben wir schon, äh, zwei von den Items gesammelt. Als nächstes brauche ich in irgendeiner Form, ich habe Obsidian lustigerweise in einer Kiste gefunden, habe ich einfach mal mitgenommen, weil ich dachte, Obsidian kann man immer gebrauchen. Als nächstes brauchen wir, äh, ja, seht ihr irgendwie das, was ich suche? Ich sehe es nämlich nicht. Aber hieraus kann ich immerhin schon mal den Stonebrick machen, den wir brauchen. Sehr schön, den brauchen wir nämlich als nächstes. Dann, äh, benötige ich, äh, außerdem den Mushroom noch, den ihr garantiert schon irgendwo gesehen habt. Aber ich halt noch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Und, äh, was war das Letzte? Ah, nee, das war die falsche Rune. Gourmalis, Rune of Summer ist das, Rune of Earth. Ähm, einen Kohleblock und der Mushroom, ansonsten haben wir alles. Also, neue Kohle müssen wir irgendwo herziehen und ich bin mir absolut 100% sicher, dass wir irgendwo diese blöden Mushroom haben. Mann, ich sehe ihn halt nur leider nicht. Kann mir keiner erzählen, dass wir noch keinen braunen Mushroom gesammelt haben. Glaub ich einfach nicht. Machen wir jetzt bitte nicht fertig. Da sind die Netherworlds übrigens, die ich nie gefunden habe. Ich nehme mal einen ins Inventar. Skate lernen reden, du Otto. Was ist das denn? Slow Time. Ach, krass, für den ganzen Server ist das Speedboost. Ach, das sind die Inventory Pads, die er Items gefunden hat, wovon er geredet hat. Ich erinnere mich. Ja, wow. Ähm, ich sehe hier tatsächlich aktuell keinen Mushroom der Art, wie ich ihn benötige. Das wäre irgendwie traurig, wenn wir... Aber ich gucke gerade wirklich ganz sauber durch. Und, äh, ich sehe keinen. Das wäre blöd. Da müsste ich jetzt auf Mushroomsuche gehen. Wer geht denn bitte auf Mushroomsuche? Das ist ja mal mega peinlich. Ja, ist nicht, ne? Also, Kohle haben wir sicher hier noch genug für einen Block drin. Das habe ich jetzt nicht, die Befürchtung. Ja, genau. Aber der Mushroom. Also, wahrscheinlich habt ihr den Video gesehen und mault mich jetzt an. Aber ich sehe den gerade nicht. Egal. Wir können auf jeden Fall schon mal alles andere hier vorbereiten. Zack. Und zack. Und zack. Und das hier muss ich erst kurz hier reindroppen. Zack. Ja, und das Einzige, was dem jetzt gerade eben fehlt, ist, wie gesagt, der Pilz. Und ich denke, wir können den relativ schnell finden, sobald ich meinen, äh, meinen Kollegen hier repariert habe. Aber ich glaube, Eisen war genau hier drin. Ähm, indem wir in eine der Höhlen gehen, äh, hier so. Weil ich glaube, da sollten wir schon einiges relativ schnell rausholen können. Wo ist er denn? Hier ist er. So, Silver brauchen wir nicht. Aber Eisen wäre eigentlich ganz nett. Sehr schön. Okay. Gut. Dann lass uns mal schnell dahinter laufen. Vielleicht gibt es auch irgendwo in der Höhle dort unten einen. Ich glaube aber tatsächlich, dass aktuell die Wahrscheinlichkeit, dass ich in diesem Dungeon dort hinten einen finde, durchaus höher ist. Ist aber nur so ein Verdacht. Lass die Mushroom-Suche beginnen. Und, äh, ihr könnt mir mal verraten, wie man hier, äh, sucht. Weil, äh, irgendwie mit dieser Suchleiste schaffe ich es nie zu suchen. Und ich habe gerade schon alle möglichen Klicks und Sachen ausprobiert, falls ihr es nicht gehört habt. Einfach nur, um zu zeigen, ja, ich habe schon mal versucht, da drauf zu klicken, ob ihr es mir glaubt oder nicht. So, da ist schon ein Mushroom. Guck mal einer an. Als ob. Als ob. Was habe ich denn bitte für eins Gedächtnis? Nicht schlecht. Das ging schnell. Ähm, hier ist Weizen. Okay. Ich muss mich schon manchmal, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen zurückhalten. Diese Dungeons nicht auseinanderzunehmen, ne? Weil es ist halt schon irgendwie verlockend, hier die ganze Zeit weiterzusuchen. Und, äh, coolen Loot zu finden. Also ich finde Rogue Dungeons echt, sind geil. Könnten noch schwerer sein. Aber wir haben bis jetzt auch noch nie einen durchgespielt, muss ich ehrlich sagen. Und bevor man in Level 5 war, uns dort auch tatsächlich mal geschafft hat, ohne drauf zu gehen, ähm, sollte man nichts sagen. Könnte auch schwerer sein, nicht wahr? Sonst kommt man nur wie ein Möchtegern rüber. Also gut, wir haben den Pilz. Und das heißt, äh, wir sind auf einem sehr guten Weg zur Gourmalis. Die, äh, ihrerseits eine wichtige Einstieg für uns in die Welt des Autofarmens ist. Weil nur mit der Gourmalis können wir später richtige schöne Farmen bauen, die sich auch von Essen ernähren können. Wir könnten jetzt schon unsere Autofarmen bauen, merke ich gerade. Aber da kümmern wir uns jetzt noch nicht drum. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass, äh, so ein Pilz eine Bestimmung findet. Und zwar hier drauf. Ähm, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann sollte eigentlich das Rezept angezeigt werden. Aber offenbar habe ich etwas falsch gemacht. Okay, dann gucken wir nochmal ganz genau rein. Weil es kann auch gut sein, dass dieser Stonebrick kein Stonebrick sein sollte. Ähm, Run of Summer wollte ich machen, oder? Genau, nee, Run of Earth wollte ich machen. Das hier. Was ist das? Das ist ein Chisel Stonebrick? Chisel Stonebrick. Ach, das ist in Wirklichkeit ein Clean Stone. Leck mich hart, Alter. Habt ihr das gesehen? Der, der, der Dinger war Chisel Stonebrick, nicht Minecraft Stonebrick. Wie nervig, Alter. Okay. Dann ist es einfach normaler Stein. Mein Handy hat vibriert. Hallo, Handy. Weg da. So, okay, gut. Dann können wir das Ding endlich starten lassen. Wird auch ein bisschen Zeit. Eigentlich, ich meine, die Folge ist schon ein bisschen. Zack. Ja. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt hier kurz ein bisschen Mana reinpumpen. Deswegen habe ich nämlich diesen Mana Pool, der gerade strukturiert schwächer wird. Und dann können wir schauen mit der nächsten Rune. Weil damit haben wir jetzt quasi die Grundlage für Run of Summer. Für das nächste brauchen wir dann noch ein Slime Ball und zwei Sand, wenn ich das gerade richtig sehe. Ein Slime Ball, eine Melone und zwei Sand. Alles klar. Da kann ich, glaube ich, helfen. Glaube ich. Melone. Sehr schön. Zwei Sand. Sehr schön. Und Slime Bälle haben wir auch. Sehr schön. Ich hoffe, dass diese Slime Bälle auch gehen. Ich habe jetzt gerade nur die blauen gesehen. Dann brauchen wir noch irgendwoher, die kann ich schon mal mitnehmen, die brauche ich nämlich gleich. Und jetzt brauchen wir noch irgendwoher Living Rock. Und ich weiß, dass wir Living Rock besitzen. Kann mir keiner erzählen. Ich habe irgendwie mal 40 Stück oder so hergestellt. Es ist jetzt nur die Frage, ob diese Folge endet. Bevor ich Living Rock, bevor da war Living Rock. Ach Mann ey. Können wir bitte jetzt in mein System hier einfügen? Ich meine... Also ich muss rechts klicken. Ja genau. Und jetzt muss ich... Geil. Dankeschön. Die richtige Frage ist halt immer so, schaffe ich es irgendwie, das Zeug zu... Ah. Nice. Das ging diesmal ein bisschen flotter. Und man sieht hier auch schon die ganze Magie, die hier am Gange ist. Das ist schon gerade ziemlich cool, würde ich behaupten, oder? Oh Mann. Ja, also ich stelle gerade einfach alles für die Gumalis her. Eine Pflanze, die es schafft aus... Gunpowder. Hier brauchen wir nochmal zwei von. Die es möglich macht, aus Essen Mana zu generieren. Die ist halt für den Anfang mega notwendig. Also kannst du nicht anders sagen. So, hier haben wir nochmal so einen. Ich hoffe, dass wir irgendwo Naderack rumliegen haben, weil ich bis jetzt noch nichts gesehen habe, was nach Naderack aussieht, um ehrlich zu sein. So, aber drei von den Sachen für die nächste Rune haben wir schon, ne? Ja, vier Sachen. Es fehlt wirklich nur noch der Naderack. Guck mal. Ja gut, also das hier ist bereit. Das hat seinen Mana bekommen. Zack. Sehr schön. Und wir haben das Zeug wieder zurückbekommen. Und die Rune of Summer. Dankeschön. Jetzt fehlt uns nur noch, glaube ich, der Naderack. Und dann könnten wir es in dieser Folge tatsächlich schaffen, die Gormales herzustellen. Ähm, reales Problem an der Stelle ist nur... Es könnte halt echt sein, dadurch, dass wir noch kein Nader... Also kriege ich aus dem Naderquarz-Ohr irgendwie? Ne. Wäre auch zu schön gewesen. Kann halt sein, dass wir keine Naderbrick besitzen, weil wir nie welche mitgenommen haben und es auch nie als wichtig angesehen haben oder so. Das wäre dann halt blöd, weil dann hätten wir echt alles, bis auf ein einziges Item und dieses eine einzige Item. Weißt du, normalerweise kannst du irgendwie auch sowas... Ach ja, wenn Maschinen drauf sind, dann kann man irgendwie alles so hin und her wandeln. Aber ich sehe es gerade echt nicht, Leute. Muss es jetzt so enden, irgendwie eine Sekunde, bevor wir die Gormales hätten. Das fände ich extrem schade. Vor allem, weil es gut sein kann, dass wir das tatsächlich haben. Am Ende ich es nicht sehe. Das wäre natürlich noch ein ganzes Stück peinlicher. Ich könnte mich ja auch megawalt jetzt im Dungeon runtergraben und dort Naderbrick finden oder Naderrack. Das wäre genauso möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei sterbe, ist halt leider durchaus gegeben. Haben wir eine andere Möglichkeit, an Naderrack ranzukommen? Irgendwie. Irgendeine coole Möglichkeit. Ja, das wäre möglich. Aber da brauchen wir erstmal eine vernünftige Blutfarbe. Das machen wir heute nicht mehr. Okay, Mann. Scheiße. Das mobbt mich gerade ein bisschen. Ich weiß, wo es welchen gibt. Und zwar im tiefsten Tier von dem Tempel, den wir gemacht haben. Äh, von dem Dungeon. Und eventuell liegt hier auch irgendwas drin rum. Aber ich kann nur so nicht weitermachen. Ja, Leute. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, morgen gibt es kein Match, sondern wir machen jetzt eine XXL-Folge. Juckt mich nicht. Ich beende so scheiße keine Folge. Normalerweise hätte ich jetzt hier irgendwie geschnitten oder einen Zeitraffer gemacht oder irgendwas. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden. Aber ist halt alles leider nicht vorgesehen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Scheiß drauf. Es ist halt wirklich nur dieses eine Item und dann kann ich dick und mal alles herstellen. Okay, das bedeutet, wir graben uns jetzt mal schnell an diesem Dungeon vorbei nach unten. Ich bin gar nicht sicher, ob da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen gemacht wurden. Damit man da nicht runterkommt. Aber ich versuche es einfach mal. Mich hier einmal sauber. Also wir gehen irgendwie ein Level tiefer. Und dann grabe ich so lange nach unten, bis ich irgendwo durch die Decke durchkomme. Und das sollte meiner Meinung nach funktionieren. Hoffen wir mal, dass es wirklich geht. Also. Der Witz ist, dass es durchaus möglich ist, hier nach unten zu graben und so in die tiefsten Layer des Dungeons zu kommen. Soweit wahrscheinlich alles klar. Allerdings sind wir jetzt aktuell auf Y45. Wir müssen wirklich ganz, ganz tief. Und dann müssen wir plus zusätzlich auch noch Glück haben. Und zwar erstens dürfen wir jetzt nichts reingraben, was uns töten will. Und zweitens dürfen wir in nichts reingraben. Oder zweitens müssen wir es dann schaffen, auf den unteren Leveln auch wirklich da hinzukommen, wo wir hinwollen. Hier, da seht ihr zum Beispiel. Sehen wir hier in irgendeinem Teil, wo ich gar nicht weiterkommen möchte. Da hat man unten auch irgendwie eine Spinne oder sowas. Es ist riskant, was ich gerade mache. Und ich würde das auch definitiv nicht machen. Ja, das war sogar eine OP-Spinne. Und ich würde das auch definitiv nicht machen, wenn ich nicht irgendwie nur einen Block von da unten bräuchte. Aber manchmal muss man einfach solche Dinge riskieren, oder? Aber immerhin, solange ich das hier sehe, heißt das, dass ich so falsch noch nicht sein kann. Oh ja, das sieht doch eigentlich ganz fein hier aus. Also wir sind mittlerweile auf Höhe 33. So ungefähr ganz unten, so Level 10 oder so. Da dürften die Monster sein dann, unter die Nether-Ebene halt. Und da grabe ich mich jetzt mal schnell runter. Ist natürlich totaler Schwachsinn, das zu machen, wenn man nur den Dungeon looten möchte, sage ich mal. Weil dafür brauchst du ja gerade den Loot, den du in den Kisten findest, die du so nicht findest. Aber wenn man wirklich nur auf der Suche ist nach Nether-Rack, was hier unten halt generiert wird, und was für mich die einzige Möglichkeit ist, das überhaupt noch zu finden in dieser Folge, dann muss man halt solche Wege gehen. Ah ja, hört ihr das? Das sind Blazes und so ein Spaß. Oh, ich hab mir ein Blätter-Oar gefunden. Ah ja, guck mal, Nether-Bricks. Und Nether-Words-Blöcke. Ah, und dafür bin ich hergekommen. Das war's. Wir sind hier aktuell auf dem Layer von der Nether-Ebene. Irgendwo in der Wand drin. Und wir haben den einen Nether-Rack gefunden, weswegen ich hier runtergekommen bin. Ah ja, und nur so der Vollständigkeit halber. Das, was ich gerade mache, ist fucking gefährlich. Es sei denn, man weiß, was man tut. Und sehe ich so aus, als würde ich, was ich tue? Oh mein Gott. Alles klar, Leute? Ich würde sagen, wir haben genug gefarmt. Das ist mein kleiner Nether. Sind das hier? Kann man aus denen wieder... Nee, kann man nicht. Das ist ja auch eine Verschwendung, dass man die nicht wieder zurückfarmen kann. Aber okay, wir haben den Nether-Rack. Okay, brauchen wir sonst noch irgendwas für unsere Gourmales? Ich gehe hier nicht nochmal runter. Ähm... Nein. Okay, gut, Leute. Dann nehmen wir bitte die Beine in die Hand. Und verschwinden von hier. Bevor sich's irgendwie noch einer dieser Places anders überlegt. Weg hier. Also normalerweise müssten wir jetzt... Also wenn man quasi auf den Loot auch noch auswärtet, dann hätten wir uns natürlich hier normal runtergekämpft. Aber unter diesem Aspekt, dass ich wirklich nur die Blöcke haben wollte. Ich meine, wenn der Nether nicht freigeschaltet ist, muss man eben improvisieren. Und ich meine, ist doch nicht die schlechteste Idee, hier einfach so durchzugehen, oder? Also ja. Ich habe jetzt halt keinen Loot bekommen. Hätte ich mich normal runterkämpfen müssen. Aber wir werden die sowieso noch alle klären. Und dann die Spawner essen. Katzen essen gerne Spawner, habe ich mir sagen lassen. Warum habe ich eigentlich zwei Hertz extra? Weiß ich nicht. Aber ich habe schon 14% Reduktion. Gute Frage, warum ich Toughness habe. Keine Ahnung. Aber habe ich nichts dagegen, ne? Wer sagt schon was gegen zwölf Herzen, wenn er zwölf Herzen haben kann? So. Bitte keinen Kollaps bekommen. Wir sind wieder oben. Hier geht es raus. Und da hinten ist unsere Zuhause. Und meine Axt, oder meine Picke. Ups, sorry. Meine Picke ist ein bisschen demoliert. Und ich springe natürlich ins Wasser. Skate-Summel-2, Meister seines Faches. Wir haben Limestone gefunden. Naja. Ich werde mich nicht beklagen. Okay. Wir haben den einen Nether-Rack, für den ich eine so weite Strecke zurückgelegt habe. Wahrscheinlich war die ganze Zeit irgendwo welchen und ich habe ihn nicht gesehen. Aber das ist in Ordnung. Da machen wir uns jetzt keine Gedanken mehr rüber, meine Damen und Herren. Stattdessen suche ich zwei Sticks, um das Feuer zu entfachen und das letzte Item zu craften, das es noch benötigt. So. Sehr schön. Und ein Eisen würde ich nehmen, um meine Picke zu reparieren. Wenn das möglich wäre vielleicht. Ist das möglich? Ich glaube, es ist möglich. Wenn ich Eisen finde. Hier. Keine Seeds. Was sind das eigentlich? Achso, das ist ein Cover-Cluster. Okay. Zack, 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 zack. Gut. Sehr schön. Gib mir diesen Nether-Brick. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir tatsächlich, glaube ich, alles beisammen, was wir benötigen. Denn ich kann jetzt hier... Zack, zack, zack. Zack, zack. Ist doch falsch, oder? Ich mache gerade irgendwie zwei Rezepte gleichzeitig, habe ich das Gefühl. Die brauchen wir nicht und die brauchen wir nicht. Das hier und das hier brauchen wir. Aha! Wer hätte das gedacht? Und ich hoffe echt, dass die ihren Job hier gut macht mit dem Enchanted Zoll. Wenn die die einzige ist, die morgen noch da ist, haben wir alles richtig gemacht. Okay. Und... Bam! Sehr schön. Rune of Fire. Und jetzt brauchen wir Fire, Summer, zwei Light Grey, zwei Gelb und ein Rot. Also ich bereite hier schon mal alles vor. Fire, Summer, zwei Light Grey, zwei Gelb und ein Rot. Richtig? Ja. Und das ist das Zeug, was wiederum hier hinten drin ist. Frage mich jetzt nicht, warum das hier hinten drin ist, ne? Ich kann dir das nicht sagen, warum wir hier so ein Teil haben. Ähm, was auch immer hier mal eingesperrt war. Also ein Rot. Light Grey Mystical Flower. Zwei hiervon. Und Yellow Flower. Und zwei hiervon. Alles klar, meine Damen und Herren. Es ist tatsächlich vollbracht. Hätte ich das noch gedacht, hätte ich das noch erleben dürfen. Ich denke nicht. Also, ähm, hier ist alles bereit. Zack, 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 zack. Wup, wup. Und jetzt nur noch ein Seed. Den habe ich natürlich nicht. Ho, ho. Komm schon, Mann. Wir sind bereits bei 25 Minuten. Ich darf morgen, glaube ich, nichts hochladen. Aber das ist okay. Da oben waren Seeds. Für den Seed, den ich jetzt hier davontrage, ist das absolut in Ordnung. Zack. Gourmalis. Sehr schön. Ja, das ist mal richtig geil. Die können wir eigentlich auch schon mal hier irgendwo hin. Ja, okay, das ist scheißegal. Die stelle ich hier hin. Und, äh, mit der Gourmalis, der im Drum of the Wild und der Hopperhook hier drüben, kann man es jetzt schaffen, die ersten unendlichen Essensfarmen, die ersten unendlichen Manafarmen, also abgesehen von dem Glück mit dem Enchanted Zoll, was wir hier drüben hatten, und, äh, und so weiter bauen. Ja, sehr nice. Okay, gut. Gut, würde ich mal sagen, ähm, das, das war ein, war ein gutes Finale. Ich denke, ich werde in der nächsten Folge mal anfangen, so was Kleines zu bauen, braucht noch irgendwie sowas wie ein Hourglass, dass man, äh, klug takten muss. Ich hoffe, wir haben überhaupt die Items dafür da. Und, äh, und, äh, und, äh, es braucht dann eine Pulsiting-Hopper und, äh, was weiß ich was alles. Also, es ist noch nicht so, so super trivial, aber ist in jedem Fall jetzt möglich. Und deswegen sage ich, dankeschön, ich muss mich erst ausloggen, ihr seht, dass es grau wird, ihr seht, dass jetzt der Auslog-Screen kommt. Dankeschön fürs Zusehen und nicht bis morgen. Denn diese Folge ist 27 Minuten lang. Aber im Moment haben wir es noch geschafft, die Gormales zu craften. Das ist auf jeden Fall ein Anfang. Macht's gut, Leute. Ciao.